Hi, mein Name ist Lisa Onger. Ich wollte euch von Food Dice vertellen. Auf diesem Video werde ich bei einem eigenen Mann vertellen, was Food Dice geht zu Menschen. Nicht alle waren dort an, nicht alle haben dort geboten, aber wir haben viel erfahren. Bei diesem Video werde ich auch klar machen, wenn die auch so einen Trügel haben, was wir haben. Dann werde ich das vielleicht helfen. So, Jake, mein Mann, der würde sehr negativ gewesen sein, in sich selbst durchlaufen, und glauben, wo nichts mehr enthalten wird. Er würde sehr miserabel sein, verdrissig und sehr wenig verdrehen können. Man könnte auch die Kinder mäßig dort reichen treffen. Und das wäre einfach schwer. Und ich habe Lust, dass das immer essen würde. Ich hätte ein Gebet gegeben, dann wäre das Bedeutung, dann wäre das Bedeutung, dann wäre das und das wäre das Bedeutung, weil es dort nicht mehr gibt. Ich würde es nicht mehr tun, was abverluten, oder es würde nicht gut sein. Aber es hätte sich dort keinen Raum drehen, wenn man nicht mehr so fern wird. Und wie mein Freund, die haben gerade so einen Trouble mit Food Dice. Und sie haben das rausgefunden, was für ein Unterschied, dass sie allergisch werden für Food Dice und was auch nicht beendet. Wenn sie rotbrauchen gehen und deine Rengen haben geblieben, das mir auch einfach eine große Unterschied. Und jetzt können Jake selbst erzählen, was sie dann erlebt haben. Hallo, mein Name ist Jake. Ich bin ein bisschen in Schäfer zu sprechen, wo ich mit mir und die Food Dice habe. Und wenn jemand in der große Witte auf in Dänja und wenn ich alle Stühle habe, bitte, 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 bitte. um die anderen, dass es viel wird. Um, ja, so, da war ein Sinn und, ähm, fuhren wir in der Kirche und ich wurde geschofen, und die Darcherl sah nicht so, dass ich, äh, köln, bei einem Sturm, kann ich schwimmen, bloß ein Red Bull und dann eine Lisch Ruffles, Old Dress Chips, in der Oite. Und ich fühlte ihn oben nicht von angewandt, vielleicht ging oben, wie er mir und bitte so, weil er da kopp gemäut und der kopp wird fehl. Und dann sind wir zum Mars, dann kriegt er für fehl die Spie an. Und, wir würden mir die Soten drin in die Kirche, ähm, und, ähm, ich bin auch so jung, wie er dann kalt, und, seitdem ich früher habe, haben wir in der Kirche. Und, äh, ich sehte ihn, ich war ein Messer zu holen, habe ich so mitgebracht. Ich finde, er war unter Ruhren, und, äh, ich finde mich unter Schäme über den, und, äh, gerade der Junge, da war er in der Ruhren, und, äh, ich bin auch nicht unter Schäme, und dann, will, ne, was ich dann mit dem um, ich will euch rücken mit dem, und die Dalle Brälde blüßt. Weil Menschen, die müssen alle kicken. Und, die Dalle, müssen ich mich schämen, die Dalle für mich mit der Witt, du an nennen. Und, gönn wir rücken, jetzt, wenn ich ins Wetter und dann sehe, dass ich heute soeben muss, heute kann ich, heute kann ich mal, heute kann ich, heute kann ich mit einem Fressen mit Ruhren. Aber dann schreibe ich mit allem, was ich tun kann, und ich bin nicht immer gut studiert, dann bin ich an und ich treue mit ihnen, und ich treue mit ihnen, und und alle meinen Schämen sind doch nicht richtig damit, so einfach nur schnarem und dann weil es nicht ganz genau so ist es... Wir werden noch nicht mehr geholfen, sondern auch die Leute kontrollieren. Und wir werden so viel, was wir werden... And das sind wirklich... Wir werden nicht mehr geholfen, sondern die Leute wollen. Ich werde mir etwas geholfen, weil mir sie gut haben geholfen, Ich hatte mich nicht mit einem Schaden, weil ich etwas zu tun hatte. Ich habe nicht gesehen, dass ich es nicht gesehen habe. Ich habe einen Anteil gemacht, den ich weiterführe, ich möchte mich weiter mit dir kommen und ich hoffe, dass ich nicht tuebe, dass ich nicht weiterführe. Ich habe nicht gesehen, dass ich wirklich nicht gesehen habe, dass die Körger immer wieder wird, dass ich blick, weil ich mich nicht mehr von der Körger verletze, denn wir müssen uns die Beton bieten und euren so in dem Sinne haben wir schon meine Teufel so für meine Hüse und uns, ich habe die Karte fertig so das ist wie die Tees hier und ich habe das gleich in den Baden an und vielleicht fängt uns auch allein und ganz in den Baden an und alles, weil meine Frieden kommen die Pummel an und alles und dann sieht ich auf uns meine Frieden wenn sie will, sie können nehmen und drehen wir die Hüse vor der Eltern denn ich weiß nicht, was sie mit mir will, wenn es so wird dort holen wir nichts an an mir dort ja, aber ich glaube, ich habe gesagt, dass sie nicht in die Hüse vor der Eltern so dass sie nicht mit mir geblieben ja, ich habe gesehen, dass sie mir eine Option die von Diverskosten sind und sie wissen, dass sie immer sagen, dass sie so gehen du sagst, wenn ich will, wenn ich nicht und so, so ging die Dach dann durch und den nächsten Tag, der wird noch nicht schaftig aber wir werden auch nicht ganz so wettig dann wieder du den Umgang an, dass man mit mir eine Jünges äh, eine Jünges ging auch für den Tag den Dach und heute vielleicht bloß 2.000 Jahre aber ja, so sind die Tiden, die sind sehr, sehr schwer und dann gräbt wir noch, was sie haben gewohnt was sie für Food Ice haben den nächsten Monat da ist sie dort searching, was Bradbull alles hat und dann seht ihr, dass sie einen Dall-Color-Smack so hat sie auch geboren von ihnen und dann, ähm, und dann, ähm, und dann haben wir sie abgepasst und ich fange von dann, dass wir sie abpasst mit Food Ice äh, dort nicht mal im Hüste haben dort werden wir jetzt Stress vor dem Unterfangen weil du zwingt unsere Freunde und alle ihre Formen und so haben wir eine Liste gemerkt ähm, da wollte ich euch abposten und ich schreibt mir immer die Liste wenn man eigentlich schaden würde und dann würde ich euch nur kicken und auch mal, dann würde ich da kommen für euch gleich, dass ich euch nicht kriege oder ich da komme und dann würde ich euch nach dem Hohan dort gekauft und dann würde ich noch mal, wenn du das tust dann würde mir das am Video fallen und dann kriege ich euch nur die Ingredienz-List ähm, ja, jemand anderes würde die Ingredienz-Kicken was du so magst und du sind viel verschiedene Numas und du sind, ähm, Red 40 und Yellow 5 Yellow 6 da sind nur ein leichtes Munk und Torture Sand und Artificial Flavor dort soll es auch ein leichtes Munk und ähm, ne, die Dinge alles abposten und bevor haben wir das Video noch, äh, eine Liste der Liste du ziehst hier nun dort wird alles kann sein ja, und hier wird ein bisschen gewissen wie ihr könnt mit den Ingredienzern wie das 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 Zip-Hover hier und direkt wenn ihr euch so könnt die Ingredienz das Zip-Hover 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 und ja nicht aber ich glaube das Zip-Hover oder da und wenn du dann 3-9 tun, dann wirst du enden wollen, ob du den Unterschied merken wirst oder nicht. Und solche Menschen, die mit ADHD sind, haben die 4 Dollar Affekte und die sind viermal da drin. Ich würde den Blüß durchruhen, wenn du, wer ist, die so ein Trübelhaft, dann würde ich den Blüß nicht empfangen. Ich würde hier die Liste für das Wiesn. Und wir haben eine App, die nennt sich Jacke. Das ist sehr hilfreich. Wir waren noch ein bisschen mit dem Video mit ihm, wie du es schaffst. Wenn du es schaffst. Da gibt es mir die Wiesn an, wie die Leute machen. Wenn du es schaffst. Das ist eigentlich ein Blüß, wie das Sulfate-Frie ist. Das ist sehr hilfreich. Wenn du es rein hast, dann ist es gut. Dann ging es nicht in Schicht, da waren auch alles noch. Meine Mutter hat mir ein bisschen auf die App gewonnen. Und wenn du es halbiert hast, dann hat sie ein bisschen gebraucht. Ich würde hier abdrehen, dann könnte ich die Barcode scannen. Und dann weiß ich es mir da. Ich würde hier sagen, dass es schlecht ist. Aber dann die... Hier sage ich, dass es schlecht ist. Und dann hier sage ich, dass es schlecht ist. Das wäre das Bade. Wir würden nicht nur dort abhauen. Wir würden uns abhauen, wo du Manker nicht die. So hier sage ich, wo wir dann checken. Und dann noch mehr options. So hier sage ich dann... Wo du Manker hast. Flavor. Artificial Flavoring. So das ist ein Ding, wo wir dann von wach bleiben. Dort haben Artificial Flavor. So hier Manker ist das nicht aus dort. Aber er kann ihnen dir nochmal erwiesen. Meier. Wo wir dann von dort Manker kaufen. Ähm... Wundhaufen. Oh, das sind Chips. Das sind Mexikanische Chips. Da haben viele Manker. Hier sind die Additives. Und dann noch mehr. So hier so wie ist es dort. Yellow 5, das ist ein Foodcoloring. Yellow 6 ist ein Foodcoloring. Red 40 ist Foodcoloring. Blue 1 ist Foodcoloring. Das sind alle Zonen, wo wir von wach bleiben. Dort sind drei, wo wir einfach Klo einbohren. Wo wir von den Chips filmen nochmal. Die Ranchoritas. Okay. Ja. Wie war nach einem Videomäten. Da mit. Hier wollten sie es. Bitte. Für jede Calle im Videomäten. Bei Menschen. Bei ihnen. Bei ihnen. Bei ihnen. Bei ihnen. Bei ihnen. Und wie geht es. Dort hier eine Wege. Bei ihnen. 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 und wenn man einen Schmack hat, dann kommt man ein wenig, dann kommt man ein wenig, oder? Dann kommt man ein wenig, oder? Also, das ist was der Plan mit dir ist, und die Sache mit der Folle, mit den ganzen Däunchen voran, dann sagt man, okay, das macht der Lotte schön, dann schmeckt man auch schön, das ist was für die Luchs, und für die Angelegenheit, und was das ist. Und einige Farben sind noch gemerkt, von solchen Dingen, was ein Verbreitend von mir was gab es von der Verbreitend von mir mit Chemikals und was die Köln ist Wenn ihr eine Frau hat, können wir uns anstehen in den Kommentaren da waren wir in 3 schrieben und wir waren nicht von uns, was wir haben, dass viele Menschen waren, die uns nicht haben, aber wir waren anstehen und wir waren in Europa und wenn man die Frauen hat, dann kann ich gehen zur Beziehung und privately, ich glaube, proben dort von jemandem zu sterben, weil andere Menschen dort nicht von zu sein kriegen und wir haben einen guten Tag, wieder und gerade sehen wir mit uns